Heute ist wieder mal Outdoor-Activity-Tag angesagt. Schneeschuhwandern ohne Schneeschuhe. Der Grund, warum ich heute eher auf der Tribüne aus bin, eigentlich wollte ich da hinten da filmen, bei der Gotha. Aber ich muss gestehen, ich habe ein bisschen die Kontrolle über dem Bautzi verloren. Wenn ich mich da hinten war, hat er mir die Gotha schon halb das Leck. Bin ich ehrlich gesagt einmal ganz kurz ins Schwitzen gekommen, weil wenn du hinter der Gotha stehst und der die Gotha durchdruckt, ist noch nicht mehr so lustig. Deswegen bin ich jetzt da oben. Ja, also ich weiß schon, der Bautzi hat viele Fans, aber ich gebe ja da jetzt das Sprichwort. Wenn der Bauer einen Stehen nicht mehr unter Kontrolle hat, muss einer von Baden gehen. Ich kann noch nicht gehen. Ich muss den Sommer noch heigen. Der Bautzi nicht. Ich weiß nicht, also falls irgendeiner Interesse hat, der Mutterkuhbauer, ihr könnt ihn gern haben. Und sonst weiß ich halt noch nicht so genau, wie wir da tun werden. Aber jetzt ist er drei Jahre. Nachfolger habe ich eigentlich schon im Stall stehen. Und irgendwie kommt er mich nicht mehr so zufrieden vor, der gute Bursche, gell? Oder Bautzi? Na gut, bin ich schon gespannt, wie ich den jetzt in den Stall bringe. Auf jeden Fall viel, denke ich.